Jeder Time-Air verlässt kalibriert das Werk. Um dauerhaft gute Messwerte zu erhalten, sollte der Time-Air danach etwa alle sechs Monate rekalibriert werden. Dazu brauchen Sie ca. 30 Minuten Zeit und frische Luft. Positionieren Sie das Gerät am besten direkt neben einem Fenster oder in einem regengeschützten Außenbereich. Öffnen Sie erst das Fenster und dann das Menü. Halten Sie die Set-Taste so lange gedrückt, bis das Wort Set erscheint. Jetzt drücken Sie die Set-Taste dreimal, bis die Auswahl Erkal angezeigt wird. Zur Bestätigung halten Sie dann die Minus-Taste gedrückt, bis der 5-Sekunden-Countdown abgelaufen ist. Halten Sie während der Kalibrierung mindestens drei Meter Abstand vom Time-Air. Sonst kann sich der Kalibrierungsvorgang verlängern, weil der CO2-Gehalt in der Umgebungsluft nicht konstant bleibt. Während der Kalibrierungsphase blinkt der gesamte LED-Ring rot. Nach und nach hinzugeschaltete grüne LEDs signalisieren den zeitlichen Fortschritt. Nach erfolgreicher Kalibrierung geht der Time-Air automatisch in den Normalbetrieb über und zeigt Ihnen wie gewohnt, wann es wieder Zeit ist zu lüften. Weitere Infos finden Sie auf timeair.de.